Hallo zu einem neuen Video in meinem YouTube-Kanal und heute geht es um die Artikel. Es geht um der, die oder das. Ihr wisst ja, jedes Nomen hat im Deutschen seinen Artikel. Nomen nennen wir übrigens auch Substantive. Am besten lernt man einen Nomen immer gleich zusammen mit seinem Artikel. Also wir lernen nicht nur Ball, sondern wir lernen der Ball. Es gibt drei Artikel im Deutschen. Es gibt den Artikel DER für männlich oder maskuline Nomen. Zum Beispiel der Computer, der Ball oder der Baum. Es gibt den Artikel DIE für weiblich oder feminin. Wie zum Beispiel die Erde, die Hose oder die Pizza. Und es gibt den Artikel DAS für sächlich oder neutrum. Das Geschenk, das Auto, das Buch. Aber woher weiß ich jetzt, welchen Artikel ein Nomen hat? Ist es DER Schlüssel, DIE Schlüssel oder DAS Schlüssel? Dafür gibt es Regeln. Maskulin, also männlich, mit dem Artikel DER sind alle Männer, zum Beispiel der Mann, der Junge, der Vater, der Lehrer, alle Tage und Tageszeiten, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Morgen, der Mittag, der Abend. Aber Achtung! Die Nacht ist kein Tag. Die Nacht ist das Gegenteil von Tag. Der Tag, die Nacht. Deshalb ist die Nacht feminin. Außerdem maskulin sind alle Himmelsrichtungen. Der Norden, der Süden, der Osten, der Westen und alle Niederschläge. Der Regen, der Schnee, der Hagel. Maskulin sind auch fast alle Steine. Der Stein, der Granit, der Marmor. Aber die Kreide ist feminin wegen der Endung E. Außerdem sind spezielle Endungen maskulin. Zum Beispiel EN und ER. Der Garten, der Wagen, der Magen. Bei Personen, Geräten, Nationalitäten ER immer maskulin. Der Lehrer, der Computer, der Italiener. Aber Achtung! Die Mutter ist natürlich feminin, weil sie eine Frau ist. Viele kurze Nomen sind auch maskulin. Der Bus, der Tag. Und Nomen, die vom Verb kommen und keine Endung haben. Der Flug, der Wunsch, der Plan. Aber Achtung! Auch hier gibt es Ausnahmen. Die Arbeit zum Beispiel ist feminin. Wegen der Endung Eid, Heid, Keid. Das Spiel ist Neutrum. Maskulin ist auch das meiste Geld. Der Dollar, der Euro, der Rubel. Ausnahmen gibt es nur, wenn das Geld wie ein anderes Wort heißt. Das Pfund. Das Wort Pfund ist Neutrum. Also ist auch das Geld das Pfund Neutrum. Ausnahmen gibt es auch, wenn es bestimmte Endungen gibt. Wie zum Beispiel E oder A. Die meistens feminin sind. Die Krone, die Lira. Alle Autos sind maskulin. Der Audi, der BMW, der Mercedes. Für uns ist das die Kategorie der Wagen. Und Alkohol ist maskulin. Der Wein, der Wodka, der Rum, der Champagner. Aber Achtung! Das Bier. Bier ist für die Grammatik kein Alkohol. Für die Polizei ist Bier aber sehr wohl Alkohol. Ebenfalls maskulin sind Wörter mit speziellen Endungen. Zum Beispiel die Endung Ich. Der Teppich, der Rettich, IG. Der König, der Käfig, der Honig. Ling. Der Schmetterling, der Zwilling. S. Der Schnaps, der Schwips. US. Der Idealismus, der Realismus. IST. Der Anarchist, der Artist. ENT. Der Student, der Dozent. AT. Der Demokrat, der Bürokrat. OR. Der Motor, der Katalysator. Oder EL. Der Apfel, der Mantel. Feminin sind natürlich alle Frauen. Die Mutter, die Schwester. Und Nomen, die mit der Endung IN enden. Der Lehrer ist ein Mann. Die Lehrerin ist eine Frau. Achtung, das Mädchen ist Neutrum, weil die Endung CHEN immer Neutrum ist. Feminin sind auch alle Motorräder. Für uns gibt es die Kategorie die Maschine. Die BMW, die Yamaha, die Harley Davidson. Achtung, der BMW, der Wagen. Die BMW, die Maschine. Wie schon gesehen, die meisten Wörter mit einem E oder einem A am Ende sind Feminin. Die Rose, die Tasche, die Flasche, die Pizza. Außer dem Feminin sind die meisten Obst- und Gemüsesorten. Die Birne, die Banane, die Tomate, die Mango, die Avocado. Aber Achtung, der Apfel. Wir haben ja schon gesehen, die Endung EL ist maskulin. Feminin sind auch alle Schiffe. Die Titanic, die Olympic, die Gorch Fock. Und alle Zahlen. Die 1, die 2, die 3. Ebenfalls Feminin sind Wörter mit diesen Endungen. EI, die Bücherei, die Brauerei. Heid und Keid, die Schönheit, die Freundlichkeit. Schaft, die Freundschaft, die Wirtschaft. UNG, die Meinung, die Zeitung. IK, die Musik, die Mechanik. ION oder Aktion. Die Nation, die Lektion. Ät oder Ität. Die Universität, die Diät. SIS. Die Basis, die Dosis. Teg. Die Diskothek, die Bibliothek. Und Uhr. Die Natur, die Kultur und die Temperatur. Kommen wir zu den Nomen, die Neutrum sind. Die meisten Metalle und Stoffe sind Neutrum. Das Eisen, das Wasser, das Helium. Aber Achtung! Der Stahl ist ein kurzes Wort. Maskulin. Der Schwefel hat die Endung EL. Der Abfell, der Schwefel. Maskulin. Die Bronze und die Kohle sind Feminin. Wegen der Endung E. Neutrum sind die Substantive, die aus den Infinitiven gebildet werden. Der Infinitiv Essen, das Nomen, das Essen. Fahren, das Fahren. Denken, das Denken. Neutrums sind auch die Diminutive. Chen und Lein. Die machen alle Dinge klein. Verkleinerungsformen. Das Mädchen, das Städtchen, das Tischlein. Durch die Endung Lein wird ein Nomen kleiner und automatisch Neutrum. Neutrums sind auch Vorsilben GE. Das Gewicht, das Gesicht, das Getränk, das Gefühl. Aber Achtung! Der Geruch und der Geschmack sind maskulin. Die Gefahr ist Feminin. Viele kurze Wörter mit einer Silbe und einem D am Ende sind auch Neutrum. Das Bild, das Rad, das Bad, das Land. Und Wörter mit bestimmten Endungen. Um, das Eigentum, das Christentum. O, das Auto, das Radio. In, das Doping, das Dressing, das Meeting. Und Ment, zum Beispiel. Das Dokument und das Instrument. Wir sehen also, der Artikel hängt oft von einer Kategorie oder von einer Endung ab. Alle Wörter, die in eine Kategorie gehören, haben meistens den gleichen Artikel. Der Käse. So ist jeder Käse maskulin. Der Gauda, der Brie, der Camembert, der Grier. Oder bestimmte Endungen. Zum Beispiel E oder A. Die Tasche, die Flasche, die Blume, die Krawatte und so weiter. Aber was ist mit Fremdwörtern? Wie funktionieren die? Und wie bekommen Fremdwörter ihren Artikel? Für Fremdwörter haben wir drei Regeln. Die erste Regel passt das Wort in eine Kategorie oder kann ich es auf Deutsch übersetzen? Espresso ist Kaffee. Der Kaffee, also auch der Espresso. Ein Laptop ist ein Computer. Der Computer ist maskulin. Also sagen wir auch der Laptop. Eine Jeans ist eine Hose. Die Hose ist feminin, also ist auch die Jeans feminin. Und eine CD, eine Kompakt-Disk, ist eine Scheibe. Die Scheibe, also auch die CD. Für Neutrum wären zwei Beispiele das T-Shirt. Denn das Wort Shirt übersetzen wir mit Hemd. Das Hemd, das T-Shirt und das Notebook. Beim Notebook denken wir nicht an einen Computer, sondern wir sehen das Wort Book. Das Notebook bekommt seinen Artikel vom Wort Buch. Wenn das nicht funktioniert, wenn wir keine Kategorie oder keine Übersetzung haben, dann achten wir auf den Klang oder die Endung von dem Wort. Klingt das Wort maskulin, feminin oder neutrum? Beim Wort Chip zum Beispiel haben wir ein kurzes Wort. Kurze Wörter klingen für uns eher maskulin. Also der Chip. Beim Wort Pizza hören wir auf die Endung A. Die Endung A klingt für uns feminin. Also ist es die Pizza. Bei manchen Fremdwörtern funktioniert das leider nicht. Wenn wir keine Übersetzung und keine Kategorie für ein Fremdwort finden und es auch nicht maskulin oder feminin klingt, machen wir das Fremdwort einfach neutrum. Als Beispiel Sushi. Für Sushi haben wir keine Kategorie. Es ist nicht Fisch, es ist nicht Reis, es ist nicht Gemüse und wir haben die Endung I im Deutschen auch nicht. Also sagen wir das Sushi. Jetzt habt ihr gelernt, wie man ein bisschen mit den Artikeln besser vorankommt. Mehr Informationen findet ihr, wie immer, in meinem YouTube-Kanal oder auf Facebook oder auf Twitter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.